Die A&B Flachdach AG ist eine Firma, die spezialisiert ist auf Sanierungen oder Erstellungen von Flachdächeln, Terrassenbelegen und Abdichtungen. Wir sind 1924 gegründet worden, damals unter dem Namen Asphalt- und Baumaterial AG. Wir sind eine Familien AG und in dritter Generation gefeiert. Wir halten gerne an dem fest, was sich über die letzten Jahrzehnte bewährt hat, nämlich Dachpappen, respektive bituminöse Abdichtungen. Das ist auch gleichzeitig unser Hauptprodukt, dem wir vertrauen. Polymer-Bitumen-Dichtungsbahnen sind sehr langlebig. Da wissen wir Bescheid und können auch 10 Jahre Garantie auf ein Flachdach geben. Unsere Mitarbeiter sind schon sehr lange bei uns. Wir sind ca. 25 Leute, sind in diversen Verbänden tätig und bilden im Moment zwei Lehrlinge aus. Dicht durchdacht ist unser Slogan vielleicht auch bei Ihnen. ! ! ! ! ! ! !